Nun Anna, du hast mir ein neues Leben gegeben und auch für dich soll ein neues Leben beginnen. Du wirst bei mir bleiben, wirst meine Schwester sein. Der Pfarrer möchte dich sprechen. Ja? Es freut mich, Fräulein Elisabeth, Sie geheilt zu sehen. Bei Ihnen hat ja die Wissenschaft gründlich versagt. Für die Wissenschaft war mein Fall auch aussichtslos. Kindergarten, wie es Anna an mir getan hat. Dieses Wunder ist Gottes Fügung, nicht Anna Werk. Ich verstehe nicht, Anna hat... Anna hat in meine Gemeinde schon genug Unruhe gebracht. Gott allein kann helfen. Aber dieses Kind hier... Dieses Kind, Hochwürden, hat mich geheilt. Dieses Kind wird allen helfen. Es wäre vermessen, Fräulein Elisabeth, dieses einfache Menschenkind auf einen Weg zu locken, der nur Unheil bringen muss. Gott mit ihnen. Und du, Anna? Wasn't dafür zu wollen. Du hast es ja. Ach'. Das ist mir geht.